Hi Leute, also ich habe ja vorher vom Regen und Gewitter und so geredet, gell? Und jetzt regt ihr das aber so dermaßen da draußen. Ich habe, ich weiß nicht, ihr müsst jetzt hören können, weil den Regen nimmt es automatisch ein bisschen mit auf, aber es ist ein bisschen weiter weg vom Fenster, gell? Nur ganz leise. Übel, echt. Ah, jetzt habe ich das Level Up vergessen, ich honke. Folle! Du kannst nicht gewinnen! Begon! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Kampf ist schon perfekt. Scheiße. Der Kampf ist schlade. Der Kampf ist schlade. Jawohl. Gut. So muss das laufen. Na ja. Wir haben es überlebt und das zählt. Gut, haben wir hier denn alles mitgenommen? So, jetzt kommt die Sache. Wir können Magic 36 ist wichtig. Dann machen wir ein bisschen Rührpower nach dazu. Herbalism haben wir die gute, da braucht man nix. Ich benutze die Combat Tactics, die benutze ich halt nicht. Okay. Trap-making. Ne, das machen wir. Okay. Okay. Was das Haste? Okay. Okay. Ja, machen wir das. Passt schon. Ne, auf jeden Fall jetzt aber. Können wir den Stab benutzen, oder? Hier, Dragon's Breath. Eieieiei. Eieieiei. Doch, doch. Den weg. Und was nimmt die gute Mori denn? Können die meinen Oak Branch jetzt nehmen? Ich besser, gell? Ja. Ja. Geht doch. Ich muss nicht aushalten werden, das. Ich werde nicht schneiden. Ich werde nicht vornehmen. Ich werde nicht zufällig sterben. Ich werde nicht zufällig sterben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR My power is yours. My power is yours. My power is yours. Yes. My power is yours. I will not fall down. My power is yours. 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 Das war's für heute. Okay, also hier unten gibt's das wohl nicht. Oh, fuck, ey, ich bin hier schrocken gerade. Haha, kacke. Eieiei. Ja, das tue ich weg. Das hier. Tue ich weg. Klasse. Mal kurz da hinten einen Blick reinwerfen ums Ende rum. Ob es hier noch irgendwas zu sehen gibt. Ja, Wooden Crate, Wooden Crate. Ah, genau. Sehr gut. Auch Darkspawn, Battle Axe, der Mesh 12. Ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Jetzt die Darkspawn, Battle Axe. Wie mir scheint, wird hier eher was für ihn hier. Ja, der hat eigentlich ein besseres. Na ja, das passt. Eisboat. So, ich bin jetzt hier kein Fein und Bogen. Mit keinem. Oh, Morrigan. Gleich diese Speicher. Ich bin jetzt hier. Darkspawn, beware! Wie? 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 Ack mehr. W- Ack. Ack? Ack. Bogen Tonnen. Mächtel. Ah! 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 Of course. You will pay for that! So, nah. Könnte knapp werden, aber passt schon. Jawohl. Sehr gut. Ah, die brauchen wir nicht. Das dagegen brauchen wir schon. Aber das war ja ein böser Zauber. Echt, ey. Da haben sie uns sehr gut. Ja, getroschend. Pile of Sex, yeah. Ah! 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 So be it! So be it! So be it! Da! Ah, das war. It will be done. There is no hope for you now. Now you die. Gut. Auch weg. Na also. Haben wir die auch hier nach und nach. Ausgeschaltete. Dämonen. Die Verbrecher. Ja. Ja geil. Was hat er uns anzubieten? Breastplate. Na cool, dafür würde ich mal einen auf King Claydon machen dann. Das lassen wir alles mal. Schönen Spannchen nicht vergessen. Da haben wir keinen Schlüssel dafür. Wie eigentlich für alles was hier so rumliegt. Oh oh. Oh oh. Das sind wir wieder beim Tauerefischer. Pfff. Tauerefischer. Oh. Oh. So. Okay. Oh. Okay. Okay. Die Kämpfe laufen ja mehr als ein Schlag, ein Treffer, ein Zutort. Geil, ja, ah, fett, fett. Fett, da ist der Skyline. Na, das war doch jetzt richtig fett, oder? Oh, Alter. Achso, okay. Ne, ich wollte gar nicht mit ihm sprechen jetzt eigentlich. Wollte das hier an mich nehmen? Die Monik Eicher. Boah, okay. Kommen wir auf 36? Jawoll, und auf 37 kommen wir auch noch. Ist ja klasse. Poison-Making. Pff. Ne, er macht auch einen Off-Survival. Lassen wir mal schön weg. Okay. Okay. Deathblow. Moral-Field-Enemies. Wir werden sehen. Klasse-At-Hands. Restoring-Morals-Stamina. Mh. 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 Der wird jetzt mal... Okay, jetzt ist es zumindest einmal Injury-Kid. Das ist aber ganz klar. Jetzt, denn... Okay, also das Ding hier... Ist eigentlich eher von Camp Rates gedacht. Das ist jetzt nicht... Soll ich ihm das anziehen lassen? Ja, komm. Okay, muss ich irgendwas für einen Kader näher? Nein, 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 nein. Oh, oh. Of course. Darkspawn Longbow. Ja, geil, jetzt haben wir gegen Kalion hier. Sozusagen. Cool. Ah, so still ist es denn. Darkspawn, beware! As you say... Of course. It will not happen. Begin the Outflow. Let us end this quickly. Now you fall! Foolish! You're trying to die! I will not falter! Oh, come on! For how many times do we die? Oh, here we go! Oh no! Oh no! Oh no! Hooray! He he he, Bugsbonkree, Greatsword, oh je, passt schon, ah, gut, also wieder mal eines der besten Sachen war, den größeren Uxack, in den ich investiert habe, könnte ich eigentlich fast wieder mal investieren ein bisschen. No, 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 thank you, was haben wir hier drin, Nugcrusher, ach du Scheiße, heilige Scheiße, ja, das ist ja das fertigste Ding aller Zeiten, na klar, komm schon, take all, mein Freund, der Stan hat eine neue Waffe, Nugcrusher, oh mein Gott, Okay, der hat ein bisschen weniger DPS, aber, ich sag mal, viele, viele andere Vorzüge. Okay, ich wollte das gar nicht laufen, wenn wir das wieder runtergehen, ich glaube, das war ein Versehen. Boah, gut geht ab jetzt der Stan. Ja, aber echt gut geht ab. Okay, aber Master Slow is auf jeden Fall gut. Jawohl, Klasse, ah ja. Perfekt, was ist das jetzt? Giant Spider. Okay. Jetzt sieht er viel stark aus nach Falle. Nee, Steel Dragon. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Ach wie, ich kann keinen Health Pulse mitnehmen, oder Health Pulse ist, oder wie das Ding heißt, auch immer. Okay. Äh, ja. Ja. Man, nur ich hab ein Problem, Crank Scar, 2 Cunningham, okay passt schon. 2 Cunningham muss jetzt nicht so fett sein. Studded Leather Armour geht auch. Ah, das war wieder das, die Läger. Na dann, durch diese Tür. Okay. Ja. Okay, let's just sit. Do you need help? Off I go. Okay. We got to get him. Yes. Okay, we got to get him. aber um welchen Preis schon wieder noch mehr und zwar kostbaren Tränke verbraucht das ist sehr ärgerlich. Ah aber hier. Red Steel Metal Kite Shield. Cool. Und das ist der Eissalbe. Kann auch weg. Klasse. Das sieht wieder aus wie ein originaler Feinball. Ich bin noch mehr. Ah. Und jetzt bin ich noch mehr. Ich werde nicht mehr so sein. Das ist noch mehr. Ich werde nicht mehr so sein. Wir haben keinen Zeitpunkt zu sterben! Da war eins dabei. Die Wasserplante auf die letzten Meter geht sie noch richtig insel ab. Und die ganzen drecksverkackten, ritzelten Spinnen kommen runter. Ey, ich hasse Spinnen. Alle, alle. Ich hasse alle. Alle Spinnen. So. An der Stelle hier wird es wieder einmal Zeit zu speichern. Und wenn wir runter steigen in die Darkspawn Tunnel. Und was wir da erleben, das kommt das nächste Mal. Aber jetzt bevor ich es vergesse, noch ganz schnell heilen. Dann... ... 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